...steht oder im Mantel, zieht es aus, das wird nachher nämlich noch richtig warm. Wir hoffen, dass ihr noch zum Ausdruckstanz übergeht. Aber noch eine kurze Frage, nicht, dass wir was erzählen, was wir gar nicht erzählen müssen. Wer von euch war dabei bei unserem 20-jährigen Jubiläum in der Arena, zum Beispiel in Leipzig? Das ist doch der ein oder andere. Da wisst ihr ja auch, was dort abgegangen ist. Wir können heute nicht alles hier auf die Bühne bringen. Ihr wisst ja, am Schluss haben wir mit der MSL Big Band gespielt. Das wäre auf dieser Bühne etwas schwierig, das umzusetzen. Und wir haben auch im Vorfeld schon viele Fragen bekommen. Das war ein sehr langes Konzert in der Arena, dreieinhalb Stunden. Ob das wirklich alles auf der DVD drauf ist, die Antwort lautet, fast, fast alles drauf. Dreieinhalb Stunden passen nämlich nicht auf eine DVD. Ganz viele haben wir rausgeschnitten. Genau, aber ganz, ganz, ganz wenig haben wir rausgeschnitten. Der Film geht quasi fast drei Stunden mit Bonusmaterial. Und die Nummern, die nicht drauf sind, sind dafür auf der Live-CD. Das heißt, man kann das alles nachvollziehen, wer dort gewesen ist und sich so gern, wie wir an den Abend erinnert. Alles drauf, auch Live-CD und Live-DVD. Und was auch schön ist, wir haben an diesem Abend in der Arena schön laut gesungen. Da waren natürlich noch mehr Leute als hier. Das heißt, an euch gerichtet, ihr solltet jetzt sehr laut singen. Eigentlich doppelt so laut, wie ihr es normalerweise tun würdet. Deswegen mal einen Konzertest. Gebt mir mal ein Hey! Hey! Das ist durchaus ausbaufähig. Deswegen wählen wir jetzt auch einen Song, wo alle mitmachen können. Auch die, die vor einem Jahr nicht in der Arena waren. Musik von den Beach Boys. Draußen ist es kalt, bei uns ist es warm. Also zieh die Jacken aus, wir sagen es nochmal. Nicht, dass ihr ganz schwitzt und dann machen wir es. Sing this, die Beach Boys! Musik von den Beach Boys. 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 Untertitelung des ZDF, 2020